Michig Schugnall befindet sich im längsten Sommer seines Lebens. Der letzte Eintrag auf deiner Homepage ist vom 1. September 2007. Was ist seither passiert? Sehr, sehr viel. Zwar nicht auf meiner Homepage, aber im Privat doch. Geheiratet unter anderem letztes Jahr. Und wir? Dankeschön. Was ist noch passiert? Studium aufgenommen, wieder aufgenommen, beendet. Dann neues Studium angefangen, wieder beendet. Also Bachelor machst, aber momentan wieder Studium, das heißt Doktoratstudium. Und auf der Uni arbeitest du auch noch? Genau, da bin ich so ein bisschen angestellt als Lehre. Also Lehre unterrichten, ein bisschen als Studenten betreuen und so weiter und so fort. Und jetzt geht es weiter in deinem Sommer, es geht auf Urlaub. Jetzt geht es auf Urlaub nach Süditalien, Kalabrien. Und ein bisschen entspannen und Musikfreizeit. Dr. Schugnall geht weiter in den Sommer. Auf unbestimmte Zeit ist er verlängert. Schöne Zeit noch. Dankeschön, ebenfalls. Danke. Danke. Vielen Dank.